Was ist das hier? Zu meiner Zeit, da hat man den jedermann noch ganz anders gemacht. Hier ist alles bunt. Nur wenn jeder Einzelne frei ist, kann die Welt ein freier Ort sein. Ich bin gegen Sklaverei. Aber alles an mir ist eigentlich unter Umständen der Sklaverei entstanden. Ich kann nicht einfach nur zuschauen. Ich muss etwas tun, um einen Unterschied zu machen. Und nur wenn wir uns richtig bemühen, dann dürfen wir aufsteigen. Was ist denn hier los? Gott hat sich selber gestreut. Ich bin... Was? Das ist jetzt nicht deine Couch. Ich war auch in euren Ideen, euren Gedanken sehr, sehr wirkmächtig und stark. Ihr habt alle mal gelebt, wie ihr gedacht habt. Dass ich möchte, dass ihr lebt. Ihr habt mich gefürchtet. Und das tut so weh. Das tut so weh, wenn man so mächtig gemacht wird. Und dann einfach, einfach fallen gelassen wird. 아요. Ich bin... Das tut mir lebt.